Da müssen wir hin. Tötet euch. Die Musik ist gar nicht anders geworden, ihr Pfeifen. Oh Gott. Erdverformer. Keine Ahnung von nichts. Ne, da brauchen wir nämlich jetzt auch rein theoretisch gar nicht weiter gucken, weil, naja, der letzte Talisman. Und wer weiß, ob man dann noch alle Diamanten findet und dann lauf ich da hoch und runter und ja. Lassen wir diese eine Metalltruhe fürs Rennen. Ich will einfach nur nicht rennen. Sagen wir einfach so, wie es ist, ich will nicht rennen. So, Magma-Kegel. Boah, jetzt ein paar Magma-Kuchen. Oh Gott, Alter. Ne, Lavakuchen heißen die ja. Weißt du, wo du den aufmachst und dann kommt flüssige Schokolade, Karamell. Weißt du. Was auch immer, da flüssig noch drinne ist raus. Geil. Schwer-Satüre. Alter, der ist tot. Alter, der ist tot. Alter, der ist tot. Alter, in Spyro sterben verdammt viele Viecher. Vor allem Viecher. Hallo Spyro, du bist bestimmt wegen der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Schon wieder Erdformer. Die Erdformer sind scheiße. Hierfür müssen wir sogar gleich klettern können, sonst hätten wir hier das gar nicht machen können. Das sind aber kleine Erdformerlees. Das sind ja Erdformerlees als Erdformer. Gut. Was dann aber auch so viel heißt, dass wir sie wohl... Oh, das ist ein großer. Dass wir sie wohl töten können. Ah. Trollen? Trollen wie Hardcore? Oder was? So. Okay, wir müssen die Erdformer dann da zu den Lava-Kugeln schubsen. Ja. Der ist trotzdem erwischt. Das ist Quatsch. Ja. Nicht immer überall hinspringen. Ah, da können wir lang. Der sich an die Wand drückt, ne? Ja. Das sieht man richtig. Ja. Ne, ist so ein feiger, na und? Scheißvieh. Okay, wir müssen bald langsam die neue Technik lernen, wa? Weißt du... Einfach loslassen. Spiro. Alter, Spirothoose. Spirothoose, alter. Alter. Alter, die sind so... Wir sind so... Wir sind so Mörder. Vielleicht hatten die alle Familie. Man weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. Die Knirpse töten wir ja auch. Also werden sie ja nicht weise. Man muss ja immer das Positive sehen. Hm. Sehr, sehr gut. Auch die Dinger. Hey du Flasche. Toll. Da wartet schon einer. Da haben wir alles. Ja, ja, ja. Was ist das für ein Geräusch? Okay, hätte ja sein können, dass wir da lang können. Was ist das für ein komisches Geräusch? Wir können so... Wir können da ja sogar rein. Irgendwie kommen wir da rein. Irgendwie. Ich glaube ich weiß schon wie. Nehmen wir doch einfach den Eidwasser an den Weg. Hallo. Ist das... Ist das... Ist das Wasser? Alter, ich sehe nichts. Ist das eine heiße Quelle? Ah. Okay. Zumindest schon mal kein Wasser. Schauen wir mal was kristalliges. Okay, was will Jäger hier unten? Hey Spyro. Sieh mal was ich für eine coole Höhle entdeckt habe. Spielen wir ein Spiel. Ab und zu platzt Kristallpopcorn aus dem Boden. Wer zuerst zehn Stück erwischt, gewinnt. Okay. Bereit wenn du es bist. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung wie das auss... Achso. Okay, okay, das ist... Oh Gott. Oh Gott, das ist aber... Achso, es wird... Es wird angekündigt mit Grün. Okay. Bitch. Lassen wir ihn. Nein, der hat... Keine Chance. Okay, du gewinnst. Hier ist deine Kugel. Wow, das war aber echt schlechter Verlierer. Ja, dann wird er gewinnen. War der schlechte Verlierer, ey. Ich gebe dir noch eine Kugel, wenn du nochmal gewinnst. Diesmal geht es bis 15. Was meinst du? Von mir aus. Du bist bereit, wenn du es bist. Alter, du kleine Bitch! Der weiß schon genau, wo es landet, ey. Wollte gerade mal gucken, ob ich wehtun kann. Das Problem ist, der weiß es. Der weiß einfach, wo das ist. Der weiß einfach, wo das ist. Nee. Der weiß genau, wo das ist. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Der weiß ja genau, wo das ist. Tja mal, können wir den nicht irgendwie ans Bein pissen? Ich kann die grünen Dinger da... Das sehe ich hier gar nicht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Das ist echt fuckig... Dreckig. Das ist echt dreckig gemacht. Ich krieg... Mann, der sammelt ihn doch ein, Mann! Oh, Spyro! Oh, ciao. Ganz ehrlich. Zum Dummen für sowas, ey. Ganz ehrlich. Tschüss. Mach, was du denkst. Ey, ganz ehrlich. Springt ran. Guckt sich die Kugel, guckt sich das Ding an. Und fertig. Das ist ja doof. Oh, dieses blöde Kameradrehen geht mir aber auch auf den Penis ohne Ende da. Kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr mir das auf den Penis geht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier. Okay. Okay, das ist richtig, richtig fuckig, das Spiel. Du musst es nur aufsammeln, Spyro. Nur aufsammeln. Mehr ist es echt nicht. Machen wir. Der sammelt es nicht auf. Er springt dran vorbei. Spyro ist einer, der springt dran vorbei. Das ist bitter. Und dieses Kameradrehen geht mir dermaßen auf den Penis, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Komm. Ich würde das ja echt gern so machen, dass... Das ist echt schwer, weil er halt echt schnell ist. Dieses blöde Kamerasteuerungslegasthenie-Spiel, ey. Das ist richtig harte Steuerungslegasthenie, was ihr an den Tag legen muss. Sammel ein! Sammel ein! Sammel ein! Sammel ein! Mann, mach es einfach! For real, man! Mann! Ey, wie kann man nur so... Wie kann man so einen... Einen Typen da ins Spiel implementieren? Spyro! Du bist einer der behindertsten Drachen, die es echt im ganzen Spiel gibt, oder? Du bist echt schnell! Ich bin Jäger! Ich hab ne geistige Behinderung! Es ist doch scheiße, dass er da insten zugrabbelt! Oh ne, ich hab doch der Scheiß auf diese verdammten Kugeln, Alter! Ich will Spaß an dem Spiel haben und nicht sowas machen! Fertig! Meine Güte, ey! Huiuiuiuiuiuiuiuiui! Ich will Spaß an dem Spiel haben und nix anderes! Mich so ne kacke hier machen, ey! Dit ist mir zu dämlich! Dit tut ja schon weh, so dämlich ist das! Der ist aber auch echt kein intelligenter Drache geworden, ne? Also aus Bio ist er so die Pfeife geworden. Achso, da passiert gar nichts. Woran? Geh vielleicht von denen da oben von oben irgendwie oder so. Aber er sich gar nicht freut. Was ist der Teufel? Jetzt muss ich ständig diese blöde Kamera drehen, die total überempfindlich ist. Kriegen wir da jetzt unsere Technik? Meine Güte. Was sollen wir denn mit dem ganzen Leben hier? Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist, der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst. Geil. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Wer hätte das gedacht? Es gibt Dinge, die muss man wirklich noch erklären. Aufzug. Fahren wir mal. Ah. Test. Mal gucken, ob er uns gequetscht hätte. Aber nein, hätte er nicht. Was ich hier unten zu tun habe. Das ist genau das Spiel, was ich erwartet habe. Was soll ich denn hier? Ich habe verstanden, dass ich helfen soll, aber... Ich kann ja nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe, ne? Oh. Ich muss da ja auch erklärt werden, was man machen soll. Den Vulkan scheinbar löschen. Huch. Hängt sich erst mal die Playstation auf. Okay. Okay. Klappe zu, Deckel drauf. Danke, dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Geil. Ne Bon. Geil. Ich glaube nicht, dass es mir Spaß machen wird, was wir jetzt machen müssen, oder? Hey Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Warum nicht? Woa, dran gewöhnen. Wow. Okay. Musst du ja auch erst mal wissen, was du machen sollst, ne? Okay. Auch nicht. Dann weiß ich es nicht. Erklärung. Vielleicht die Hüte angreifen. Nein? Okay. Vielleicht einfach das da machen und dann ist Ruhe. So. Keine Ahnung. Ich mach das einfach. Ich weiß leider nicht, was ich mit den Partyhüten machen soll. Nope. Ich hab keine Ahnung. Gib mal ne Erklärung ab. Gib ne Erklärung. Erklärung. Bitte. Nicht einfach irgendwie machen, mach. Sondern. Okay. Anram geht nicht. Anbrennen geht nicht. Und nun? Einfach mal ganz doof gefragt. Und nun? Keine Ahnung. Lass, lass, lass die Party. Lass, lass es einfach. Lass es. Komm. Wir sind fertig hier. Wir sind fertig hier in dem Level. Das ist doch lächer. Das ist doch lächerlich. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Vielen Dank.